Hi, ich bin Tim, Jugendtrainer bei der Inline-Hockey-Abteilung der TSG Friedrichsdorf in Taunus Wildhawk. Inline-Hockey ist eine echt coole Sportart, ist quasi so die Sommeralternative zum Eishockey. Schöner Bewegungssport, ein Mannschaftssport, der schön rasant ist. Wir haben hier beim Inline-Hockey den Vorteil, dass Inline-Hockey ein körperloser Sport ist, sprich nicht wie beim Eishockey, wo ihr das vielleicht kennt, dass man sich so die Bande rammt, ist das Ganze hier echt deutlich harmloser. Wir haben hier echt eine ganz coole kleine Gruppe gemeinsam hier. Des Weiteren freuen wir uns nicht nur über Jungs, die hier vorbeikommen, sondern auch immer wieder über Mädels. Das nimmt die Inline-Hockey-Mädchen-Abteilung immer mehr zu. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn wir das eine oder andere Mädchen hier im Training begrüßen dürfen. Wir haben auch schon welche hier. Ja, wir freuen uns immer wieder gerne über Zuwach. Egal ob Junge oder Mädchen, seid herzlich bei uns willkommen. Ihr braucht tatsächlich auch gar nicht so viel. Solltet eigene Inliner mitbringen, wenn ihr mögt einen Fahrradhelm. Aber ansonsten können wir euch erstmal mit allem ausstatten, was wir für unseren Sport brauchen. Wir trainieren immer dienstags und donnerstags von 18.30 Uhr bis um 20 Uhr.